Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich deinen Reifenluftdruck hier richtig prüfen und gegebenenfalls nachfüllen kannst, damit du einfach keinen unnötigen Verschleiß und vor allem auch keinen unnötig erhöhten Spritverbrauch hast. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir bei unserer Reifendrucktabelle den richtigen Reifenluftdruck rauslesen für vorne und für hinten. Meistens ist dieser Aufkleber irgendwo bei einem Tankdeckel mit angebracht oder auch, wenn meine Autotür aufmacht, auf der Innenseite. Bei mir können wir zum Beispiel sehen, er sollte auf jeden Fall kalt gemessen werden, also du solltest davor nicht irgendwie 500 Kilometer auf der Autobahn gefahren sein, dass die Reifen sehr warm sind. Und hier unten eine Anzeige, einmal zwei Personen mit wenig Gepäck und einmal fünf Personen mit viel Gepäck. Da ich hauptsächlich nur mit meiner Freundin rumfahre, bin ich jetzt bei der oberen Spalte hier und da benötige ich 2,3 bar bei dem vorderen Reifen und 2,3 bar bei dem hinteren Reifen. Diese Tabelle kann übrigens auch etwas anders ausschauen, zum Beispiel mit einem Eco-Modus oder dass man hauptsächlich auf der Autobahn oder in der Stadt unterwegs ist. Als nächstes drehen wir einmal die Schutzkappe hier von unserem Ventil gegen den Uhrzeigersinn runter und legen diese am besten direkt neben den Autoreifen, dass wir es dann auch wirklich wieder finden. Und dann gebe ich einmal den Aufsatz hier vorne von meinem Reifenfüller mit etwas Druck auf das Autoventil drauf, dann macht es ein kurzes Zischen und schon können wir den Reifendruck auch ablesen. In meinem Fall hätte der Reifen jetzt einen Luftdruck von 2,3 bar, also wirklich perfekt, so wie es auch sein sollte. Doch ich zeige dir auch einmal, wie man noch etwas Luft bzw. etwas Druck ablassen kann und natürlich auch, wie man den Reifen richtig nachfüllen kann. Um den Druck zu verringern, haben wir hier so ein schwarzes Ventil bei unserem Luftfüller dort. Und wenn ich hier jetzt etwas draufdrücke, dann können wir hoffentlich auch sehen, dass der Druck etwas sinkt. Also mit leichten Pressen können wir immer den Druck schön reguliert, schön gezielt ablassen. Das mache ich jetzt einfach mal ein bisschen. Und dann füllen wir diesen natürlich auch wieder auf unseren richtigen Wert, da ich jetzt bei etwa 2 bar angelangt bin. Zum Nachfüllen habe ich hier vorne einen kleinen Hebel, das ist so ähnlich wie eine Pistole. Und dadurch geht jetzt auch Luft schön rein. Ich mache das auch mal so leicht, so stückchenweise. Und dadurch kann man es auch schön kontrolliert auf 2,3 bar bringen, so wie es bei mir jetzt auch schon wieder der Fall ist. Und wenn es natürlich wieder etwas zu hoch ist, hier außen den Knopf betätigen, bis man bei seinem gewünschten Wert angekommen ist. Danach können wir hier vorne in den Aufsatz ganz normal von dem Ventil wieder herunterziehen und somit haben wir unseren Reifen jetzt auch schon auf den gewünschten Fülldruck bekommen. Natürlich danach nicht vergessen, dass wir die Schutzkappe hier wieder im Uhrzeigersinn auf das Ventil draufdrehen. Bei einer Tankstelle haben wir übrigens ein ähnliches System. Doch meistens kann man dort sogar den Druck zuvor schon einstellen, den wir bei unserem Reifen haben möchten. Und dann, wenn wir unseren Schlauch hier vorne draufgeben auf das Ventil, piepst irgendwann einmal diese Säule und somit wissen wir, dass wir den gewünschten Druck auch erreicht haben. Wenn du übrigens viel unterwegs bist und mal eben schnell wissen willst, wie hoch deiner Reifenluftdruck überhaupt ist, dann gibt es hier so einen speziellen Luftprüfer, der wirklich nicht teuer ist. Hier für einmal hier oben auf den Knopf draufdrücken, das Display leuchtet auf, diesen mal kurz ansetzen und der Luftprüfer erkennt sofort, wie hoch der Druck ist. Bei mir ist es 2,1 bar und aus diesem Grund sollte ich meinen Reifen noch einmal etwas nachpumpen. Und somit haben wir auch schon den Luftdruck von unserem Reifen richtig geprüft und natürlich auch dementsprechend richtig nachgefüllt. Wenn du zum Überprüfen und vor allem auch zum Nachfüllen von deinem Reifen hier nicht jedes Mal extra zur Tankstelle fahren willst, dann kann ich dir so einen Reifenfüller und einen Kompressor für zu Hause wirklich nur ans Herz legen. Denn den kann man wirklich immer mal wieder gebrauchen. Wenn du dir für zu Hause also so einen Luftdruckprüfer, einen Reifenfüller oder auch einen Kompressor zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir als eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. und hier unten in der Videobeschreibung.